Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde League of Legends. Ich bin der Ram und in dem heutigen Ranked Game spiele ich wieder einmal Master Yi im Jungle. Mit dabei ist wieder die Alexa und jetzt wünsche ich euch viel Spaß beim Zuschauen. Ja, morgen spiele ich erstmal nur ein paar Stunden mit meinem Bruder. Nice. Also Dingens hier, so evil bis Ende. Vier Stunden haben wir gesagt, machen wir. Mal gucken, was wir in der Zeit schaffen. Jo, ich denke schon in vier Stunden, da sollte einiges gehen, ne? Ja gut, kommt drauf an, wie lange ihr trödelt, oder nicht? Wie trödelt? Genau, ob ihr euch auch zehn Stunden so ein Besuchtbild anguckt oder was weiß ich. Achso, du meinst, wie Gronkh das macht? Ja. Boah, nee. Nee, nee. Oder wenn er erstmal zehn Stunden überlegt, wie er jetzt am besten diese komischen Zombie-Fischer killt. Nee, nee. Und dann wird er doch erwischt und muss dann doch wegrennen. Nee, da bin ich doch um einige schneller, denke ich mal. Haha, okay. Boah, richtig glücklich. Ja, wir haben sowieso noch viel vor. Die ganzen Doom-Dinger müssen wir noch machen. Ich glaube, sieben Level haben wir jetzt alle Geheimnisse durchgespielt. Boah. Wir sind ja richtig gut dabei. Ja, und am dritten November kommt schon der neue Call of Duty-Teil. Da spielt er dann erstmal die Kampagne. Und das werden wir auch tun. Na, mal gucken, wie er sich das schlagt. So, dann mal sehen. Vielleicht gibt es auch wieder so Spezial-Missionen. Da haben wir jetzt auch bei dem einen alten Teil einige ziemlich schwere durchgespielt. Alle haben wir aber noch nicht gemacht. Na ja, kommt noch. Ja, genau. Kannst mir nicht sagen, wie es war. Nur für manche braucht man auch zwei Spieler. Und ich kenne im Moment keinen anderen, der das auch spielt. Und extra Hau... Ich wäre da absoluter Bock drin. Naja, Profi bin ich auch nicht in den Shootern. Naja, muss man, denke ich mal, auch nicht. Nee. Hauptsache, es macht Spaß, ne? Richtig. Shooter machen sowieso besoffen am meisten Spaß. Noll. Okay. Na, ich bin froh, dass ich das noch nicht erlebt habe. Wir sollen uns mal unterhalten, die echt gar nicht dutschen. Nicht den Fehler. Okay, Rumble hat Flash raus. Und Xerath wurde gegankt und ist tot. Und er hat noch Heal ready. Oh, schwach. Sowas will mit da haben. Was ist ein Pipi? No problem, denke ich mal, meint er. Achso, ja gut. So, den habe ich jetzt aber auch eine halbe Stunde gecampt hier oben. Ich hoffe, das war's wert. Naja, tot ist er. Ja, aber er hat mit Sicherheit TP. Oh, ja. Oh, ja. Oh, ja. Oh, ja. Lass dich nicht von Stolz lenken. Und schön in den Tower gepusht, meinst du? Mhm. 800 Gold, ne, am Atemcancer. Das würd ich gern. Ui, ui, ui. Was machst du denn hier? Ja, ja, alles cool. Ja, sah aber ein bisschen knapp aus. Ja, ist es auch, aber das macht nichts. Also im Jungle weiß ich nicht, wann ich das letzte Mal mit, also mit hier verreckt, ich weiß nicht. Das Mal hatte ich glaube ich einen Cain, der ist erstmal im Jungle verreckt. Ja, mit Karzix hab ich das mal geschafft. Hahaha. Wo ich denn das erste oder zweite Mal gespielt habe, ich denke, aber das gibt's doch nicht. aber da war der Jungle auch noch stärker. Ich vermisse den alten Jungle. Ja, manchmal. Mal noch was ich für eine Extras hatte. Och, Ash. Das war doch offensichtlich. Glück von mir. Das war doch der Abwux. Ach. Ja. Und jetzt wäre doch der Abwux. Ja. Ja, das wäre doch der Abwux. Komm! WK, wie geil! Hallo! Nein, 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 nein! Nein, nein, nein! Weil der den Grill nicht wegnehmen will, weil er echt free war. Oh Gott, da kommt Anivia. Oh, gerne wohl. Hinter dir, Atrox. Hier ist er. Danke, bis wann. Sonst... Null. Echt, hast du Passiver rausgeholt? Neues. Ja. Ja. Minions haben die rausgeholt. Minion Power! Minions, okay! Oh ne. Sorry, ich, aber... That happens. Hm. Na, da hätte sie halt nicht so hingehen dürfen. Hm. Oh, leo. Oh, leo. Oh, leo. Da kommen wir noch mehr. Ah. Oh, leo. Oh, leo. athrox hat flash raus natürlich doof dass der mit dem moment gekommen ist shit happens ja so lange weiter nicht sterben schade trifft leider gar nichts ja du musst ein bisschen bei dir üben unterricht nehmen athrox 25 form ram 62 der rambo hat 62 wo war athrox das letzte mal bei seinem red buff alter junge alles cool ja gut wenigstens pink da kann man sich nicht beschweren was soll das denn hier date auf pro sieben das gucken wir aber nicht ne 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 oh rumble bot ach ist schon wieder tot bumble aber auch ich hab keine minions ja aber mehr konnte ich leider nicht tanken ne ne alles cool alles cool war ja gut gar zwei kills wieder ich bin da näher meinem arten cancer ach ne ich hab's fertig da fällt der mid laner freie bahn ist auch schon stufe 10 das ist nur doof dass sie echt wieder gestorben ist pech gehabt ja opfer so schlecht steht sie nicht ne und die hat den exos abgekriegt ja eben sieht eigentlich alles ganz gut aus ach ich glaub sie weiß dass sie halt tot war jetzt hab ich auch wieder flash ab bei nein oooh sind bei weder je abgokits am werk hier haha aah schön bling bling Ja, aber echt. So, da ist Anivia. Da ist Morgana. Okay, lass mal go machen, komm. So. Eis Flash? Hm, Frühstücksei. Ah, das ist das Dana. Ah, lol. Oh, lol. Warum kam ich mit einer Q nicht dran? Das finde ich jetzt aber gemein. Ich gehe einen Drake machen. Ja. Hinter mir. Hilfe. 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 Bin unterwegs. So, raus. Nach unten und weg. So, hab's weiter und fertig. Oh, das ist das. Oh, das ist das. Oh. jetzt noch ein pinkie kaufen ihr bleibt schon wieder stehen und ich glaube er hat wieder was geschrieben ah ok was für ein dorfgub teppich sein haben die steht 5 1 ich glaube in dem game gibt es keine diskussion aber die hälsch und die war echt on point los wenn ihr gleich mal mit arthrox anlegen hier ich warte auf ihn achta beim set soll ich nochmal helfen gehen wo er schafft den solo bist du bekloppt rumble weiß aber dass ich hier bin warum kommt der denn noch wow nein und er trifft mich trotzdem noch scheiß tower na der tower nicht der knilch selber ich bin mal wieder tower diven gegangen lasst mich na toll tschüs leute hihihi 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 woah mit vier leuten hier Flash der hat hier hinterher geflasht der gangster hihihi hihihi so wird man waren die heiß auf dich mit vier mann dann auch flash das für ein supporter ja ich habe noch keine tode die wollen manchmal liebe ich ja die pflanzen walking dead geht jetzt auch voll ab jetzt haben sie sich alle verbündet gegen den niegen gegen das riesen arschloch aber ist wieder die nächste hauptrolle gestern gestorben ist immer kacke wenn die sterben ja aber sie hat sich selber umgebracht eine frau ne die haben sie in so einen sarg reingepackt und er wollte die so was er sich als geist warum moment was hast denn jetzt gemacht muss mir mal wieder jemand reinkam okay was beim sarg ja die haben so einen sarg gepackt und wollte mir so als geisel präsentieren und dazu sich da drinnen mit seiner selbstmordpille umgebracht und ist dann als zombie halt rausgekommen doch wenn du stirbst wirst du immer zum zombie egal so jetzt gucken wir mal wo hier gewollt ist und dann beiten wir mal eine runde gar nicht gewollt na gut dann gehen wir da mal hin oh scheiße jetzt habe ich schon geölt ne ich geh lieber auf dem orcana da ist ja schon wieder ein ei spiegelei aufs brot da ist ein pink es gibt spiegelei aufs brot oha ganz altes lied von mike krüger das machen wir nicht nur aufs spiegelei danke was willst du mein freund hier kommt keiner nö jetzt geh ich back ihr macht dazu gefährliche sachen oh sie hat mich doch geheilt what tschüss du creeder ne und dann ist sie halt als zombie rausgekommen und hat den nie gerne angefallen ne weil der den sarg aufgemacht hat und dadurch konnten die anderen entkommen also selbst auf opferung wieder ja sah aber gut aus war ein hübscher zombie musst du mir nachher mal zeigen oh atrox baby oh komm her komm 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 ah oh oh komm man warum ging die q nicht schnell genug dammit no hast du mich nicht mehr gepackt mein schnuch was weißt du zum kolum der drang zu töten steigt wieder ja da schon wieder boah da ist er geplatzt ha 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 dann kommt er schon nochmal ein wandelspiel naja die denken der wird zu keine ahnung 60 prozent auch in der lcs gepickt geiler pick auf der top lane ja aber musste ja den musste wirklich gut spielen also rumble ist keiner von den leichten champs vor allem die ult die musste on point sitzen das ist nämlich die größte stärke an dem oh atrox war mal so ein geiler champ ich finde den so cool aber kannst du fast nicht spielen der wird ja glaube ich demnächst wieder angepasst ja muss er auch ich finde es traurig dass man den so schlecht spielen kann ich habe es auch mal ausprobiert ein zweimal ja aber ich kann den challenger als OTP spielen voll nice aber gut ist auch OTP ne da ist wieder der unterschied das ist OTP one week pony also jemand der neuen champion spielt oder main ah so wie ich ja so gesehen ja das ist halt dann bist du mit dem champ auch richtig gut aber ich halte da wesentlich mehr von als wenn du 20 champs so ein bisschen spielen kannst aber ja mit den 21 sind gar nicht so besser ja auch die 20 was bringen dir 20 champs die du nur so ein bisschen spielen kannst wenn du es dadurch aber nicht schaffst aufzusteigen hat doch vorhin auch wieder geschrieben oh bei dir ist relativ oder so wenig abwechslung ja was bringt mir die viele abwechslung wenn ich die im ranken spiele aber damit fahr kacke ja 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 ich bin diese runde nicht gestorben ja 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 also ja ich bin wieder weg und noch einer der geflasht für mich Na doch, ich geh jetzt aber mal hoch am Ende. So, ich komm jetzt mit. Ich sehe, wenn der schon wieder Sonja es ab hat. Oder warte auf mich. Ja, ich warte. Zana ist auch noch da. Die ist top gegangen. So, lass mal go machen. Wir haben ja genug Minions. Die trifft aber auch keine Queue, oder? Ein paar hat sie getroffen am Anfang im Busch. Ja, ich bin nur gerade ausgelaufen. Nein! Nein! Ganz komische Lecks zwischen mir. Ach, nicht gestorben. Egal. Jawohl, nice. Ja, und das ganze Game war eigentlich ziemlich nice. Und ich hoffe, es hat euch auch gefallen. Und wenn ja, Daumen hoch bitte nicht vergessen. In diesem Sinne, bis bald. Euer Ran. Ich hoffe, es hat mich ganz ganz... hecho. Hopp pseudomon ist. Ja, wir看 es mir. So, va'szus Shan. Ja, ich denke, es hat mir nicht aus.